Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII. Ja Freunde, wir kümmern uns heute komplett um den Werten Doom Train. Dieser gibt es für ein paar Items, die ich das letzte Mal schon genannt habe und ich zeige euch, wie man daran kommt. Ich war nah dran im letzten Part, ich wollte eigentlich nämlich diese Mega Pillen kaufen. Die gibt es im Esther Shop, ist doch eigentlich gar nicht so schwer. So, und weil es kann, kaufe ich das jetzt einfach mal voll. Jetzt müssen wir raus aus dem Shop, noch einmal diesen Wandler benutzen. Welcher war das jetzt nochmal? Heilmedizin? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ne, ich glaube nicht, oder? Das war doch bestimmt der andere. Ähm, Itemwandler könnte es auch gewesen sein, ist es aber nicht. Nein, nein, was ist denn der? Der Medizinwandler, der müsste es doch sein, oder? Elixiere. Megapillen, da haben wir es nämlich. Daraus entsteht die bessere Variante. Megapille 2. Jawohl. Wir brauchen sechs Stück, das heißt, wir werden jetzt 60 verbraten. Äh, viele Megapille. So, jawohl. Und schon haben wir sie. Ja, jetzt werde ich euch zeigen, wo die Eisenrohre versteckt sind. Die waren nämlich, äh, wir haben schon vier. Es fehlen also nur noch zwei weitere. Mobohl-Fühler sollten klar sein, die gibt es beim Mobohl, den muss ich unten nicht nochmal zeigen. Aber Eisenrohre, hier werden sie fündig. Ja, Freunde, da sind wir nun. Und das hier ist ein Wendigo. Ja, das ist der einzige Gegner, der unsere Eisenrohre hat und Selfie, so toll wie sie ist, hat. Das einfach mal viermal gestohlen. Somit haben wir genug. Somit haben wir alle Komponenten zusammen. So, ich zeige euch jetzt natürlich noch, wo Wendigo aufzufinden ist. Also der Gegner an sich, das ist ja wirklich kein Problem. Das habt ihr gemerkt. Nämlich in diesem kleinen Wäldchen hier. Und der ist ungefähr hier. In der Nähe von Timebar, er nennt sich, oder von Vollständigkeit halber, der Rossvohlwald. Mhm. Da gibt's Wendigos. So, also ist kein Problem. Wir haben die Sachen zusammen. Bevor wir jetzt aber endlich Doontrain heraufbeschwören mit dem Ring, gehen wir noch einmal zu unseren Inseln. Weil eigentlich kann ich euch ja ruhig mitnehmen bei dem Gefarme. Da wir ja keine Gegner dabei machen. So, mal gucken, wo ich bin. Wir gehen jetzt erstmal... Was war's denn? Ich glaub, Dieter, oder? Ja, mal gucken, ob ich auch mal ohne Buch was hinbekomme und die Insel auf Anhieb finde. Ach, der Ding, die Nacht... Äh, die Stadt der ewigen Nacht. Irgendwie schön. So, mal gucken. Äh, ein bisschen da rüber. Aber das müsste so gewesen sein. Das Tor zur Hölle. Und, ja, dann haben wir die Theorie auch soweit abgeschlossen, weil, ähm, wenn wir das jetzt erst einmal gefarmt haben, natürlich kann man es öfters farmen. Die Dinger spawnen ja mit der Zeit nach, auch wenn's ziemlich lange dauert. So. Jetzt aber erstmal die Appellity reinhauen. Wer hat denn nochmal... Ach, wo ich hingehe, ey. Ach, wer hat denn überhaupt nochmal Diablo gehabt? Wenn ich mir das mal merken würde, wär's toll. Ähm... Hm, 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 hm. So, mal schauen. Ne, er hat nix. Selfie. Vielleicht? Äh, ja, sie hat Gegner 0%. Was mach ich denn da kurz raus? Ja, Raupen bringt eh nix, wenn Gegner nicht da sind. So, und nun können wir uns ganz gemütlich hier umschauen, in aller Ruhe. Einfach überall rumlaufen und wie ein blöder X drücken. Moment, wir sind aber richtig, oder? Ja, das Tor in die Hölle. Gut. Na? Meteor! Yay! Squall! Oh, Squall. Du bist mein Herz. Erzengel! Auch nicht schlecht. Okay. Ja, wenn man das konse... Aha, den haben wir schon mal geholt. Wenn man das wirklich konsequent macht und das, keine Ahnung, so alle acht Spielstunden, sag ich mal, ausreizt, dann ist das natürlich ein bedeutender Vorteil. Okay. Ich werde es jetzt nur einmal machen und dann habe ich auch genug Zauber. So, natürlich sind manche einfach mit den Slots voll. Die haben diese Items natürlich nicht vollständig. Aura ist ein unglaublich geiler Zauber übrigens. Damit kann man sein Limit heraufbeschwören, auch wenn man volle HP hat. So, Erzengel wird uns auch nochmal irgendwann den Allerwertesten retten. Sehr schön. Ja, jetzt wird es vielleicht nicht so spannend, aber gehört dazu. Allzu viel Optionales ist es nimmer. Ich vermute mal ganz stark, dass wir nächste Woche unglaublich straight mit der Story weitermachen werden. Ups. Ja, und dann machen wir das wirklich bis zum Ende. Also dann heißt es nicht, da auf CT4 nochmal, komm, jetzt machst du das und das optional. Nee. Dann ziehen wir es wirklich durch. So. Aura nochmal gefunden. Ah, das macht schon Bock. Ah, schön. Vor allem werden wir danach natürlich ein weiteres, letztes Mal nochmal unsere Steinchen umwandeln. Zum Beispiel diese ganzen Ultima-Steine. Geben dann auch nochmal ordentlich Zauber. Und dann noch einmal koppeln. Ja. Und das war's dann. Hey, mal wieder. Her mit dem Geld. So. Ja, bis zu der Spitze, da müssen wir natürlich noch laufen. Da kann es natürlich noch was Spannendes geben. Ich könnte euch jetzt erzählen, was wir als nächstes noch so machen in den nächsten Tagen. Also es gibt da noch so ein komisches Quest. Er erinnert euch vielleicht an ein seltsames Lufo. Da gibt es noch was, natürlich. Wir werden auf jeden Fall irgendwann noch einen Kartenpart machen, diese CC-Freaks herausfordern. Eventuell werden wir auch die Kartenkönigin kennenlernen. Das werde ich zwar nicht bis zur ultimativen Vervollständigung machen, aber ich werde es zumindest mal anspielen. So, dann werden wir auf jeden Fall noch mal ins Schumi-Dorf gehen. Da gibt es noch eine Kleinigkeit für uns. Und naja, das Einzige, worauf ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock habe, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ist das Chocopo-Minispiel. Man möge es mir verzeihen, ich finde es sowieso ein bisschen dahingeholi. Ich finde es sowieso ein bisschen dahingerotzt, eben wegen diesem Chocopo-Minispiel, dass man nur auf dieser Pocketstation spielen kann. Was wir natürlich nicht können. Habe es ja schon mal erzählt. Das finde ich einfach blöd, Leute. Da könnte man das nur so halbherzig anspielen. Und es lohnt sich auch überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Deswegen, das ist das Einzige, was wir so richtig lassen. Ich hoffe, das findet ihr nicht tragisch. So, ich würde sagen, ich werde jetzt die andere Insel offline machen. Ihr seht, wie es funktioniert. Es ist jetzt nichts Ultraspannendes. Die andere Insel hat im Grunde genau die gleichen Zauber. Es ist ja jetzt nicht so spannend. So. Okay, ich denke, das reicht. Gut. Ich habe so ungefähr das Gefühl, dass wir ca. 75% abgegrast haben. Jetzt aber, was wir noch zusammen machen, das wäre... Ja, genau, meine Steinchen. Stimmt, die Steinchen. Ne, Quatsch. Muss ich doch zum Wandler gehen. Zum Superwandler, glaube ich. Schauen wir mal. Genau, Ultima-Steine. Aus Ultima-Steine macht man Ultima. Wer hätte es gedacht. Und das machen wir jetzt einfach mal voll. Ja, also was heißt voll? Zumindest bei Squall. Yay. Ist das nicht geil? So. Ähm. Quistis. Quatsch. Renoir und Selfie. Ihr habt nur... Oh, ihr seid schon wieder voll, ey. Wie ich das ankeks. Ach nee. Da können wir ja auch noch was machen. Nämlich... Die Zauberwandler H. Da können wir bestimmt was ändern. Renoir. Weg mit deinem Vitra. Du hast keinen freien Platz. Das hättest du mir denken können. Aber du hast doch bestimmt noch irgendwas angeschlagenes. Nein. Irgendetwas. Nein. Selfie. Du vielleicht. Irgendetwas angefangenes. Hast du schon 100 von Tornado? Okay. Okay, okay. Ich muss aufräumen. Es hilft alles nix. Räumt dein Inventar auf! Ja. Okay. Kommt halt nix dran. Vorbei. Äh. Tauschen dann. Ach. Hydra will ich jetzt nicht rausnehmen. Irgend... Blitz. Blitz, ey. Ich blitz dir gleich was. Ja. Und gib Selfie. Das wäre super intelligent, ey. Okay. Irrwein. Ja, Irrwein. Bitte. Freut dich deines Lebens damit. Wir nehmen gleich noch was raus. Ich hab keinen Bock auf den Mist. Ähm. Doppelshell. Was ist noch so richtig billig und braucht kein Mensch? Wie damit? Sonst ist der Rest ja relativ gut, muss ich sagen. Blitzke. Erro. Erro. Wollte ich eigentlich doch. Erro kann mal rausnehmen. So. Okay. Gleiches Spiel bei Selfie. Äh. Selfie. Da bist du. Tausch. Was könnten wir hier rausnehmen? Saugen. Beben ist, glaube ich, nicht so der Bringer. Kriegt man unser guter Xel. Obwohl Beben ist das nicht die bessere Variante. Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich lass lieber mal drin. Bin mir grad unsicher. Äh. Äh. Holy Blitzka. Vikra. Engel brauch ich auch. Ach, komm schon. Äh. Analyse. Hier. Analyse ist ja wohl der größere Mist. So. Einen damit. Und. Noch eins. Hm. Gemach. Gemach. Nee. Gemach. Lass mal drin. Ist ja eigentlich ein netter Zustand. Wer weiß. Vielleicht hab ich mal Lust drauf. Ach komm. Das muss reichen. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. So. So. Items. Äh. Nein. Wandler. Superwandler. Und jetzt geht's weiter hier mit dem Ultima. Äh. Hm. Fangen wir mit Selfie an. Gut. Wir werden's jetzt natürlich nicht voll bekommen. Das war's. Och Katze. Geh doch mal da weg. Mensch. Och Katze. Es reicht. Entschuldigung. Immer dieser Katzenrage mittendrin. So. Naja. Immer wenn ich aufnehme. Naja. Gut. Äh. Das war's. Mit den Superwandlern. Jetzt. Äh. Noch mal kurz hier ein Zauberwandler H rein. Da können wir auch mal bei Squall gucken, ob der noch was hat. Error. Ne. Dieses Error. Von dem anderen haben wir schon 100. Ne. Wir haben nichts Billiges mehr. Und die anderen hatten's ja auch nicht. Gut. Ähm. Dann, 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 dann. Ja. Dann sind wir eigentlich fertig. Jetzt werde ich noch einmal koppeln. So. Würde ich sagen, einfach mal optimal auf Magie trimmen hier nochmal. Und ihr seht, da hat sich ein bisschen was getan. Aha. Ähm. Selfie. Bei dir machen wir Stärke. Und bei Squall machen wir auch Stärke. So. Wunderbar. Das dürfte man nun merken im Kampf. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch das Tor zum Paradies abgrasen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den Ring des Salomons benutzen. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen die Insel abgefarmt. Und wir werden jetzt noch ein bisschen die Charakter verfeinern. Ich habe zum Beispiel bei, ähm, ja, Rinoa gesehen. Stärke plus 60%. Das geht ja mal gar nicht. Wir trimmen sie schließlich auf Magie. HP 80% war eben noch drin. Ich mache mal 40% rein. Wie viel hat sie dann? 7,9. Ja gut. Warum soll ich eigentlich, warum soll ich damit sparen? Dann kriegt sie halt wieder das 80er rein. So. Dann ist sie nämlich voll. Reflex. Ich weiß ja nicht. Ich könnte es ja noch schön übertreiben und Magie nochmal um 40% reinhauen. Dann ist es so richtig awesome, was das angeht. Oder Rarität. Ne, das brauchen wir nicht mehr. Öko-Trippel brauche ich auch nicht unbedingt. Ähm, ich mache wieder Rauben brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das ist, ähm, wir brauchen keine Items mehr. Also warum dann so ein Zeug noch? Erstschlag vielleicht? Erstschlag? Hm. Könnte manchmal den Allerwertesten retten. Ja, komm, machen wir rein. Autoprot, das lassen wir auf jeden Fall drin. So, sie bleibt definitiv bei den Zaubern. Bei den GF, jawohl. Dieses Levelzeug will ich nicht haben. Karte auch nicht. Draw passt. So. Okay, die nächste. Diesmal gehen wir so rum. Ähm. Appility. So, wir brauchen... Gut, Gegner 0% nehmen wir natürlich wieder raus. Selfie, wie viel HP hast du? 9100. Ah ja, genau, HP ist noch drin. Wünschelrute lasse ich drin, weil manchmal einen versteckten Speicherpunkt oder so können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ansonsten würde ich dir gerne sowas wie Stärke geben, aber das hast du nicht. Doch, da hat es zum Beispiel Stärke 40%. Okay, ist nicht die Welt. Aber was soll's. Komm, mach mal rein. Wünschelrute, wie gesagt, lassen wir. Ich schau nur eben mal. Reizt mich nichts anderes? Nein. Okay. Sie wird auf jeden Fall bei den Items bleiben, die gute Selfie. So, und jetzt noch Squall. Da lasse ich auf jeden Fall Kontern drin. Stärke 40% ist auch von Vorteil, aber Körper kann definitiv raus. Ja, man sieht's, man hat's ein bisschen vernachlässigt. Ähm, was nehme ich da dafür? Autotrank ist nicht so mein Ding. Autoreflex schon gar nicht. Vielleicht nochmal Stärke. Schade, dass er nur 40% hat. Naja, ändert sich vielleicht noch. Ja, komm, dann mach einfach mal rein. Da hat noch mehr Stärke. So. Halt. Fressen muss raus. Fressen gut und schön. Aber, ähm, letztendlich beleben. Mein Kampffähiger wird wiederbelebt. Nee. Das als solcher Skill ist doch irgendwie doof. Zaubern nehmen wir hier wieder rein. Okay, Leute. Dann noch ein letztes Mal. Vielleicht hat sich nochmal hier was geändert. Nein, anscheinend nicht. Aber egal. So, ich weiß, jetzt hat sich auch der Zustands-K wieder verändert und so weiter und so fort. Wir lassen es erstmal so, wie es vorgeschlagen wird. Speichern das Spiel ab und machen nun endlich das, worauf ihr euch schon gefreut habt. Zumindest einige von euch, die es kennen. Es ist für viele die Lieblings-GF. Und ja, wir probieren jetzt einfach mal diesen Ring des Salomons zu benutzen. Habt ihr mich gerufen? Mein Name ist... Doomtrain! Gut. Ich werde euch helfen. Yay! Ja, und von ist er dabei. Wusste ich gar nicht mehr, dass wir das kampflos bewältigen. Aber natürlich werde ich euch den jetzt auch noch demonstrieren. Doomtrain. Der letzte im Bunde. Oh, Mist. Ich muss nachgucken. Ähm, Chunkshop. Okay. Ein Schrotthändler wird herbeigerufen. Ah. Da können wir also theoretisch unsere Waffen verbessern, was natürlich jetzt uninteressant ist. Und hier noch ein paar nette Abwehrkopplungen. Sehr geil. Schatten, Saugen, Autoshell. Sehr interessante. Teufelsmedizin. Okay. Das klingt doch alles mal sehr interessant. Ich mache jetzt erst das billige Anfeuern. Danach, äh, widme ich mich den Kopplungen, natürlich. So. Ja, wer kriegt denn das jetzt? Da muss ich mal ganz kurz in mein schlaues Büchlein gucken. Äh. So. Mal gucken. Die letzte GF. Wer hat's... Wer darf's bekommen? Kopplungen. Diesmal suche ich es nicht so lange. Jawohl. Ich hab's schon. Unser Doomtrain muss dahin, wo auch Shiva und Sirens sind. Und Diabolos. Okay. Shiva, Siren und Diabolos. Das müsste Renoir gewesen sein, oder? Mal schauen. So. Wie finde ich das jetzt raus? GF? Äh. Nein, sie ist es nicht. Ups. Okay. Dann war's wohl doch. Kleine. Koppeln. GF. Yo. Das ist immer richtig. Sie bekommt Doomtrain. Perfekt. Und jetzt schauen wir es uns natürlich an. Einen Gegner, bitte. Ja. Wir sind wieder im Tordem vom Paradies. Vielleicht finden wir noch einen neuen starken Gegner. Ich hab dir das letzte Mal das Küsschen gezeigt. Und diesmal bekommen wir... Oh. Eine Chimäre. Sehr schön. Also wir haben so letztendlich die traditionellen Final Fantasy Gegner dann doch gezeigt. Finde ich ja irgendwie schön. So. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht durch 1, 2 Angriffe, bevor Doomtrain kommt. Okay. Durch den Angriff garantiert nicht. Ja, komm. Greif mal an. Ich will wissen, wie viel Schaden du machst. So rein Natura. Oh yeah. Sehr geil. Bitte nicht sterben. Jetzt fangen wir nämlich an mit Doomtrain. Eine meiner Meinung nach sehr geil inszenierte Beschwörung. Ich hoffe, der nasse Hauch tötet mein Doomtrain jetzt nicht. Das wäre ganz schön mies. Okay. Das geht noch. So, ich halte mich zurück. Tornado. Wir werden dann auch mal mit Renoir zaubern, damit wir sehen, was diese ganzen Bonis so ausmachen. Falls das wieder noch leben sollte. Ja, und danach muss ich mal eine kurze Pause einlegen und gucken, was wir dann überhaupt Spannendes machen. Aber ich glaube, ich weiß schon was. Die endlose Irrfahrt nun erstmal. Ja, ich weiß schon was. Null Schaden gemacht, leider. Aber das Vieh dürfte jetzt unter einigen Statusveränderungen liegen. Wobei ich jetzt gerade nur Melton, glaube ich, erkenne an dieser komischen... Ah ne, es ist auch blind. Okay, definitiv auch blind. Das ist so ein bisschen der Mobul unter dem GS. Also der kann ganz viele Dinge abbekommen. Die Chimera hat anscheinend nochmal Glück gehabt. So, ich würde jetzt gerne mal mit Renoir einfach mal zaubern. Ich hoffe, was überlebst du noch? Ich werde jetzt einfach mal ein Ultima machen. Mein Gott, Renoir hat eh nur drei Stück. Dann zeige ich euch mal, was so ein Magie-Plus ausmachen kann. Naja, wirkt jetzt nicht so bombastisch. Ich müsste jetzt zum Vergleich Squall hängen. Aber ich würde einfach mal vermuten, dass er nur so die Hälfte macht. Ist also ganz nett, kann man mir glauben. Mann, das Vieh hält aber auch was aus. Das werde ich jetzt aber töten, definitiv. Weil jedes neue Vieh muss mindestens einmal dran glauben. So, ich weiß, was wir danach übrigens machen. Wir werden dann ganz gemütlich schauen, was es im Schulvideos auch so gibt. Komm, jetzt stirb einfach. Das dummes Achemonsaschen. Sowieso nichts mehr sieht. Aber ich liebe dieses Gegner-Design. Also generell, aber vor allem diese Chimäre. Schaut euch an, was da alles für Tiere drin stecken. Ich finde das einfach genial. Oh, ich glaube, es ist tot. Jawohl. Sehr schön. So eine Chimäre kann man auch gut zum Fahren benutzen. Ich weiß nur nicht mehr, was genau es hatte. Okay, wir haben es aber eh nicht bekommen. Ich meine aber, die haben was Gutes. Ja, sehr schön. Doomtrain anfeuern gelernt. Sehr gut. Dann werden wir das gleich auch nochmal wechseln. Dann hauen wir hier ab. So. Ja, Leute. So schnell kann es gehen. Die GFs sind voll. Wir haben sie alle. War gar nicht so schwer, oder? So, landen wir zuerst. Aber ist eigentlich egal. Komm, fahren an. Jo. Und nun ab mit uns.